Der Ben Redelings, das ist einer, der hat Niederlandistik mal studiert und ist ein geschworener Fan des VfL Bochum. Wenn du in deinem Leben so eindeutig auf der Loser-Seite bist, das musst du irgendwie kompensieren. Und das tut er, indem er begnadete Bücher voll mit Fußballsprüchen schreibt. Ich sage immer, wenn du die Perlen der Fußball-Anekdoten suchst, dann lass den Ben Redelings tauchen. Ich habe das neue Buch, diese 50 Jahre Bundesliga, das Album, auf meinem Nachttisch liegen. Ich lese jeden Abend drin und ich schlafe später ein als normal. Das kann man bedauern, aber das Buch ist einfach klasse.